Machst du dir Sorgen darüber, was du dieses Mal bekommen wirst? Erzähl ihnen von Geschenken, die dich wirklich glücklich machen. Schreib dem Weihnachtsmann über volowishlist.com Deine Liebsten werden die Geschenke buchen und du wirst bekommen, was du dir wirklich wünschst. Erstelle einen Wunschzettel und freu dich auf die Geschenke, die du dir wirklich wünschst. Untertitelung des ZDF, 2020